In der Apotheke. Wir beschreiben dem Apotheker die Symptome, kaufen Medikamente, fragen nach Nebenwirkungen und bezahlen. Guten Tag Herr. Guten Tag. Sagen Sie mir, wie kann ich Ihnen helfen? Leider bin ich erkältet. Ich habe Fieber. Mein Kopf und meine Knochen tun mir weh. Was könnten Sie mir geben? Ich gebe Ihnen einen Fiebersenkenden und eine Paracetamolverpackung. Sie müssen zwei pro Tag einnehmen. Morgens und abends. Ich habe verstanden. Und gegen die Knochenschmerzen, was kann ich einnehmen? Dagegen empfehle ich Ihnen einen starken Schmerzmittel, das Sie dreimal pro Tag einnehmen sollen. Und haben diese Arzneien Nebenwirkungen? Ja, das Paracetamol schafft einen Ruhezustand, darum müssen Sie im Bett liegen und sich von der Kälte schützen, damit die Krankheit schneller weggeht. Sie haben recht. Ich bereite Ihnen, viele Flüssigkeiten zu trinken und insbesondere Tee, um den Körper zu hydratisieren und mehrere Gemüse und Obst in dieser Periode zu essen. Wie viel kosten diese Medikamente? Sie kosten insgesamt 15 Euro. Hier. Ich danke Ihnen. Guten Tag. Ich danke Ihnen. Gesundheit. Bitte führen Sie die folgenden Übungen durch, um besser diesen Dialog zu verstehen und die neuen Wörter und Phrasen auswendig zu lernen und Ihre Deutschkenntnisse zu üben. A. Antworten Sie mit richtig oder falsch auf die nächsten Sätze. 1. Marie geht zum Apotheker, weil sie starke Rückenschmerzen hat. 2. Der Apotheker empfiehlt ihr einen starken Schmerzmittel für die Knochen. 3. Marie muss im Bett während der Behandlung der Erkältung bleiben. 4. Marie hat keine Erkältungssymptome. 5. Der Apotheker beratet ihr, am gesundesten zu essen, um sich schnell zu erholen. B. Übersetzen Sie das Dialog mit Hilfe des Wörterbuchs und 1. Holen Sie die neuen Wörter und Ausdrücke heraus. 2. Bauen Sie einen Satz mit jedem von diesen. 3. Überprüfen Sie Ihre Übersetzung mit der offiziellen Übersetzung. 4. Finden Sie je zwei Synonyme und Antonyme für die neuen Wörter. 4. Was denken Sie, wann sei es besser, zu dem Apotheker um Medikamenteempfehlungen zu gehen und wann sei besser, Ihren Hausarzt oder Facharzt zu besuchen? 6. Beratung Vielen Dank.